Oh, ja, was heißt? Erstmal direkt bei der Waffe. Egal, egal. Egal. Los, geht alle in den Raum, dann werfe ich euch. Scheiße. Dann werfe ich euch ab, aber ich kassier's. Ja, krasse Wepper. Danke. Schein hinter dir, fall. Wupp, wupp. Oh nein, speed up. Wupp, schiebe. Merkt ihr eigentlich, wie leise es ist, jetzt, wo Laura nicht dabei ist? Ich gebe doch schon mein Bestes. Ja, aber dann musst du so nachtragend noch sein. Das muss... Ja, ich lebe noch. Boah, so viele Dosen. Was war das denn? Hast du daneben geschossen? Oh, scheiße, ups. Halt, stopp, bleib stehen, bleib stehen. Halt, stopp. Bleib stehen. Darn. Darn und Sarah. Jens, wenn ich sterbe, solltest du meine Leiche finden. Ich hab ein Credit aus Versehen getrunken. Was machen wir jetzt? Wenn einer von uns stirbt, stirbt der andere auch. Okay, ja. Dann stirbt der andere auch, ja. Okay. Also wenn du Traitor bist, dann bin ich selbst nur. Wollte ich nicht reden lassen, ja. Und dein Traitor-Kollegen natürlich auch. Ähm, da... Achso, oh Gott. Hat da gerade jemanden getötet? Nein. Nein. Aber hier ist ganz viel Blutklatschi. Ja, das ist von mir, da hat Jens mich angeschossen. Achso. Den Artest. Tanz auf dem Flur. Mit Timbett, Toni. Tanz, Baby, tanz. Timbett, Toni. Was liegt hier so im Müll? Spinnenmann. Ui! Sarah, hast du auch dieses Klicken im Kopf, wenn du jetzt die Tasche nimmst? Wow. Ich muss noch sagen, wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Schweinchen. Ich denke hier an den Moonball fest, what the fuck. Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Musst aber mit einer Kerze vorm Spiegel machen. Hat nie funktioniert. Ja, das hat schon mal funktioniert. Ja, aber funktioniert zu selten. Obwohl, wir sind ja sehr oft verreckt, von daher ich nehme alles zurück. Ah, der Marco. Aua. Okay, Kyle. 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 Ma! Ja, okay, fake. Nein, Marco hat geschossen. Kam auf mich zu, hat geschossen. Ich schwöre. 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 Oh, hier sind Tommy's aktiviert worden. Ich schwöre. Ich mache den direkt mal wieder aus. Wo war das? Alter, voll in die Fresse. Hä? Hast du den jetzt gerade gekillt oder? Ja, er hat mich gekillt. Pettabt. Ich habe mich aber auch nicht bewegt. Wo ist das denn? Na? Mopsi, du Schwein! Aua, aua, aua. Mopsi ist es. Auf wen schießen wir? Mopsi. Schattenbildfehler. Oh, das ist der falsche. Mopsi war oben. Geht am besten nicht hoch. Hey, 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 hey. Oh, sorry, sorry, sorry. Ich dachte, du wärst Mopsi. Ich bin schon wieder gegangen. Nein! Scheiße! Das war's weil. Alles gut. Ungünstig. Als ob! Sarah, du springst jetzt nicht aus dem Fenster. Nee, ich bin mal nett asozial. Hätte jemand gepumpt. Habt ihr gehört, wer es ist? Hier oben sind ganz viele... Ah! Ich warte mich nicht, ja. Das wär doof. Echt? Marco, weißt du, wer es ist? Nein. Bin ich alleine? Sonst hätte ich Käsekuste nicht gekillt. Also, egal wen, du musst mich auch töten. Also, du kannst mich ruhig töten. Marco, das war's. Nee, das ist ja langweilig. Ey, was ist das denn? Sterbehilf, oder? Also, ist es da. Alter, eskaliert. Habt ihr gemeinsame Sache gemacht, oder was? Dano und Sarah? Nee, Jens hatte Sarah und mich als... Wir waren verbunden. Ich wollte nicht so asozial sein und aus dem Fenster springen. Wer hat denn die Banane geworfen? Ich. Marco, oder? Nee, Sarah, genau deswegen frage ich. Habt ihr gemeinsame Sache gemacht? Ja, ich dachte, Marco wäre schon tot gewesen jetzt. Das hatte sich so angehört, als wäre er gestorben. Ich hab nicht ganz verstanden, warum... Hast du Marco getwittet? Ja. Ich hab nicht ganz verstanden, warum Marco einen Davon getwittet hat. Weil ich dachte, der hätte da oben alle gekillt. Ja, er hatte den Traitor gekillt. Ey, hier ist ein Baby geschossen worden. Ja. Äh! Äh! Hä? Kam das von euch, oder ist das zu euch gegangen? Von der Tür, wo du reinkamst. Achso. Ich hab leider nix gesehen. Ich hab... Nee, ich hab Schiss für euch. Nee, nee. Nee, nee. Ihr wart das bestimmt, ey. Ja, ja. Hab wirklich die Tür. Hat zum Glück nicht getroffen. Ja, ja. Natürlich. Hier, hier... Hier oder was? Hier liegt's noch. Ich wollte's grad sagen. Oh, asozial. Oh. Ah, lo, ah. Hier ist jemand gestorben. Unter uns. Wo ist der? Ja, ich geh nicht, ich geh nicht runter. Äh, warte, ich nehm... Nein, 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 nein! Oh, da ist Tommy. Tommy oder ein Zombie-Ding? Zombie-Ding. Okay. Oh, 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 oh. Das ist so schlecht ausmachen, wer jetzt schießt. Ah, jo, oh. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ist das aus? Ja. Ist es aus. Ich würd's wegräumen, aber... Okay, ja, 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 mach. Cole, das war... Oh, das... Shit. Da hat jemand ne Schildkröte einfach hingeworfen. Ich hab leider nicht gesehen, wer es ist. Ja, die ist bestimmt rausgeflogen. Zug! Spirit! Weg! Nein! Nein! Oh, oh! Ah, das Fick kommt! Hilfe, mach Platz! Nein, hört auf mich zu bewegen, Jungs. Weder. Nein! 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 Oh Gott! Ach du Scheiße. Was passiert da unten? Warte. Nur Ärger. Ah! Ah! Also sag dir mal, wie deprimiert war das gerade von 1 bis 10? Ah, Scheiße. Wer hat nicht alles bewegt, da? Nicht? Ah, geil. Ah! Okay, das C4 ist, kann stark sein, aber meistens nicht. Ah, das war jetzt C4. Ja, aber eine Etage unter euch. Ich hab das ganz offensichtlich hingelegt, weil ja nur Traitor bei mir waren. Also ich glaub, nach oben und unten geht es schon krass, nur nicht zur Seite hin. Weil in den Hochhäusern war das immer krass, wo wir es verboten sogar hatten. Gib mal was, komm, gib mal was. Sag mal, sag mal sozial, komm. Ja, es gibt dir ja was. Hier, komm her. Ach so. Ach so, du meinst mich nicht. Gefällt mir gar nicht. Scheiße, Alter. Ich glaub, du kriegst es auch. Ich hab's gelassen. Komm, du. Zwei für einen. Komm. Nee, nee, nee. Ich hab lieber hier die Dose gelutscht. Komm, zwei für einen. Wer möchte? Ach so. Nee, muss nicht sein. Ich bin... Ich möchte nicht, dass ihr random stirbt. Beide. Außerdem... Schein, du bist doch so einer. Komm, Schein. Du bist so einer. Ich hab Schein gekillt. Ich glaub, der hat böse Sachen gemacht. Könnt ihr aus dem Treppenhaus verschwinden? Danke, ich hab ihn gekillt. Ey, du hast mich zugebaut. Marco wird abgeschossen. Obtetie ist es. Jetzt hat sich meine ganze Muni verschossen. Dann, sorry, aber immerhin bist du wieder da. Entspann dich. Nimm dir entspannt eine Waffe, Darn. Darn, du bist jetzt nicht wirklich gestorben, oder? Nee, nee, nee. Okay. Das ist jetzt unangenehm. Darn, es gibt was, was ich dir geben will. Das kannst du besser als ich. Ja. Na, ganze Muni verballert, hä? Hab ich nur drauf gewartet, du Schweinchen. Ich hab mir mal da eigentlich keine Festung gebaut. Ich bin zufrieden. Hey, das ging mir zu fix. Ich dachte, ich bin oben alleine. Tja. Schein, ich lass dich nicht allein. Solltest du langsam wissen. Was den beiden Liebenden passiert. Ja, so wie das passiert. Sterben halt. Er hat Schmerz und so. Hat Schein das Fass explodieren lassen und dadurch seid ihr gestorben, oder? Nee, nee, nee. Danach hab ich noch gelebt. Okay. Dann hat Schein dich gekillt, ne? Das hab ich gesehen. So sick. Eins der einfacheren. Hey, ich liebe das. Hab ich jemanden mit einer HAI gekillt? Ja. Die Liebende Kassel. Stimmt. Hey, so... Hey, wieso hat mich jemand angeschossen? Warum nicht? Weil das So sick sagen wollte vielleicht. Ja, aber ich hab nur aus dem Fenster geschossen. Oh, scheiße. Jetzt hab ich Scheine angeschossen. Ich wollte noch nur rumsausen. Sausage. 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 Asozial, wer war das? Achtung, HE vor der Tür. Sausage. Sausage of Lawsons. Sausage? Sausage. Hi. Aua. Sausage. Soll ich ihn runterwerfen? Also in der Mitte ist ein Monster und hier unten noch eine Dose. Falls wir ihn brauchen. Nee, werf mal ganz runter. Werf mal ganz runter. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seid ihr alle oben? Geh mal weg. Im Treppenhaus. Geh mal weg. Hier, Dete. Dete. Das hab ich von ihm. Soll ich das benutzen oder willst du es nehmen? Ich hab dich gerecht davon. Ich hab ihn auch angeschossen. Okay. Aber... Ich mach's ins Treppenhaus. Vorsicht. Im Treppenhaus ist ein Monster. Ich mach's doch nicht. Das war ein Fake. Und da oben ist noch eine Dose, Kai. In der Ecke. Oh, da ist keine Dose. Da ist aber was anderes hier, Sarah. Da ist ein bisschen was anderes. Ja, ein Monster sag ich doch. Okay. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir Inno sind. Dann bereite ich uns mal was vor. Hört mich lang. Ich geh davon aus, dass der Böse oben ist. Ich hab ein anderes Graffiti. Also vorsichtig dann. Vorsichtig. Obwohl ich das nicht ausgewählt hab. Achso. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Könnte irgendwie der Jens sein. Ich glaub, Jens ist es. Ah, Jens! Jens ist in der zweiten Etage. Ohne Scheiß, als ob's der Schein sagt. Ja, sag ich dir. Äh, seit wann steht das Ding da? Was war das? Jemand hat... Nein, geh doch weg, geh, 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 geh. Du hast doch das Ding. Vorsichtig. Oh, das war gefährlich, Leute. Das war gefährlich. Ich mach mal, ich bereite uns los vor. Also, Junge, verreckt doch. Das stimmt nicht so schnell. Oh. Jemand hat oben Turret gesetzt. Und die battlen gegeneinander. Also, das Turret gewinnt wahrscheinlich ohne Probleme. Alle, 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 alle. Okay, also sind wir uns eigentlich Mopsi, ist es, ja? Ich dachte, Jens. Hä? Mopsi ist nicht einmal gefallen, Digga. Aber Kai direkt sagt erstmal standardmäßig. Power! Okay, das Vieh ist tot. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung. Komm ich da vorbei? Äh, ich kann's probieren, ich kann's ja ausnehmen. Aber lass es lieber. Ja? Ah, jemand ist tot. Jemand ist tot da oben. Sausage. Oha. Oha, ich bin im Chat! Sausage. Passt tot. Hab ich jemanden gesausaged? Mopsi? Was denn? Und Käse. Mopsi? Ey, lass sie mal, lass sie mal kommen. Geh mal, geh mal irgendwo in den Raum rein. Hier, geh mal hier rechts rein. Ich bin jetzt größer. Ja, komm. Oha, Junge. Lass sie jetzt mal kommen. Lass sie mal kommen. Lass sie mal kreativ werden jetzt. Hey, soll ich euch was sagen? Ihr könnt vom Dach springen und zum Fenster wieder rein. Wie wär's damit? Weil ihr gewinnen müsst. Ich komm ja nicht mehr durch. Ja, weil du zu groß bist. Achtung, Zug! Machst du das? Ja, pass auf! Lass mal, lass mal, warte mal, warte mal. Geh mal, versteck dich mal. Nein, Jakob. Ist tot? Ja, weißt du, ich soll mich verstecken und du stirbst. Uncool. Geh mal, versteck dich. Vielleicht geht's in meiner Kammer sitzen. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Wurde es besessen. Ach so, ja. Aber schön, wie ihr zeitgleich gefallen seid. Es sah sehr witzig aus. Sausage. Die haben leider beide die Beartrap gesehen. Hm. Ja. Uncool. Unangenehm. Aber schön, wie sie sich oben zugebaut haben, die beiden. Nur damit sie allein sind, die beiden Turtel-Täubchen, ey. Ich war, Eno, ich wurde wiederbelebt als Traitor. Ja, und? Damit du warst da oben. Schweinchen, ey. Chases, wo bist du? Äh, ich bin oben, warum? Ich bin dein Bodyguard. Oh, Schein, ey, ist so geil, ey. So geil, ey. Ich bin der Bodyguard von Depp's. Von Depp's, was? Ein Schein abgeworfen. So geil. Ich muss nochmal so ein Bodyguard holen. Komm, ich hole noch einen Bodyguard. Aua, hab mich fast gekillt, ihr Pisser. Ich kann nicht so Lüsengranate überhaupt oben. Warst du das, Marco? Ja, bin ich mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Wenn der ohne Waffe entgegenkommt, als ob Marco keine Waffe da hat. Boah, die haben mich fast gekillt, Alter. Die haben mich fast gekillt da oben. Ja, kaputt gekillt, warum auch immer. Scheiß ich mal runter. Mit der Scheiß. Fast haben sie kaputt gemacht. Ich hab was Interessentes. Also ich weiß, dass du mir noch nicht traust, Kai, ne? Aber ich bin's nicht. Wenn ich übernommen wurde? Kann sein. Boah, hier ist aber alles. Wer ist das hier? Der Da? Der Da? Da oben, ey. Da geht's ab. Was macht ihr? Nein. Irgendwann, warum? Warum? Ja, zwei. Trotz. 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 Einfach random auf Leute schießen, Alter. Wer hat dich erzogen? Ähm. Dein Vater? Der ist tot. Ähm. Dein Opa? Vielleicht deswegen, oder wie? Was war das? Achso. In die Eier. In die Näschen. Mein. Was hat er gesagt? Entschuldige, das ist ganz witzig. Mein Peter. Schleppen wir alles zusammen nochmal. Schleppen wir alles zusammen nochmal. Los geht's. Ich und meine Freunde. Da liegt ein Defi. Ja, ein Roll Defi. Ja, ich lebe wieder. Roll Defi. Du Mopsi, weißt du, war er so lang tot, hat er sich erstmal gedacht, jetzt eine Runde fahren und hat dann Brumm Brumm gemacht. Ja, man kommt, wir sterben zusammen. Es hat Brumm Brumm gemacht. Oh, okay. Das kann man sich auch selbst ziehen. Warum ist hier keine Netto? Cheesy is. Cheesy is it. Was? Warum? Danke, der hat eine Creditdose genommen. Ah, so. Ich hab sie genommen, damit kein anderer sie kriegt. Oha, Cheyne. Cheyne ist einfach salzig. Ich muss mich ab. Hm. Salz. Hm. Lecker. Lecker Salz. Lecker, lecker. Man braucht halt Mineralien. Dafür kann ich nix. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Einiges an Blut hier. Lecker, hier wo? Ähm, hallo? Jemand hat den... Au, au, im Gartenflur. Nein, das war die Person von hier oben. Ich hab an dir vorbeigeschossen, verdammt. Nein, war's nicht. Oben war's jemand. Der, der oben vor mir stand. Wie war das? Da ist doch Käse. Nee. Hier ist sonst niemand. Oh, da ist noch ein Messer. Von unten. Da ist hier der Dahn. Ah. Nee, nee. Dahn ist es. Dahn ist es. Ich werde sterben, Dahn ist es. Ich hoffe, der wieder lebt. Hast du geschossen? Nein, ich muss... Nee, ich musste was richten. Ja, das würd ich auch sagen. Der hat geschossen hier. Oh. Dahn ist es. Das ist jetzt unangenehm. Markus, das ist der andere. Markus, das ist der andere. Ah, okay. Alter, Schein, das war ein erbärmliches Duell. Wer hat denn da vor mir die Person getötet? Ich. Ah, okay. Ja, und da ist grundlos. Das hat mich echt gewundert. Wieso steht ihr alle da? Ich wollte da durch. Dann hatte ich Angst. Ja, Anton und ich, wir haben uns schön in die Augen geguckt. Ich stand so im Türrahmen und wäre davon weggesnackt. Ja, wir haben uns schön in die Augen geguckt und dann wurde sein Kopf weggeklatscht. Geklatscht. Das waren bestimmt deine Laseraugen. Richtig Laser. Was war das mit Laura? Richtig Laura Augen. Und Dahn, lass uns über die letzte Runde reden. Lass uns mal über die vorletzte Runde reden und die davor. Das ist verjährt, Dahn. Das ist ver-minutet. Ver- Ver-rundet. Oh, geil. Geil. Oh, was war das denn? Ich wurde in Horny-Jay. Ach, ne, Käse wurde. Ich hab aber auch ein Dotser bekommen. What the fuck? Du bist horny gewesen. Ich heißt horny. Horny, horny, horny. Ich hab, bei mir war auch die Animation. Das war voll seltsam. Ja, ich bin auch gesprungen. Bin schneller. Keine Chance, Schallen. Keine Chance. Boah. Was für ein Sprung. Ich hab nicht geschafft. Der Saga. Ey. Ach so. Was soll das? Oh, harte. Ist das irgendein Event? Bin ich besoffen? Wieso? Ich hab, bei mir wackelt's immer mal. Jens, ich hab's geschafft. Ey, das ist dieses Funny-Jay. Aber wir, habt ihr nicht die Animation, dass ihr auf die Schnauze kommt? Ne, wir kriegen alle auf die Schnauze, aber nicht, dass wir... C4. Ja. Okay. C8. Wo denn? C3. Ich glaub, Kai ist es. Der ist verdächtig. Was hast du denn in der Hand, Kai? Eine Granate, und du? Jetzt zünd' ich sie sogar. Guck in deine Richtung. C4 wird schneller. Oh, Kai. C4, Achtung. Beim, beim, beim Gang ist C4. Sarah, da würd' ich weggehen. Deswegen ist Kai auch ganz am Ende des, des Dachs. Deswegen ist Kai auch ganz am Ende. Der weiß nämlich, wo ist C4. Oh, hier ist Monster, hier ist Monster. Kai. Kai. Oh. Wo ist der? Der ist hier hinten nach unten gesprungen. Ja. Dann ist der unten am Fenster. Oh, na. Ah. Pepperplane von unten. Pepperplane. Oh ja, scheiße. Huh, das war knapp. Warum ist Kai jetzt safe? Das hab ich nicht. Nein, Kai ist nicht safe. Warum bin ich safe, Traitor? Achtung. Holdus. Ist das C4 in die Luft geflogen? Ja. Ja, schon sagen. Confirm, ich hab den Dings. Kann ich. Ciao, Mopsi. Du Trottel. Jens. Jetzt auf allem geschafft, Tonk. Jens, bist du auch tot? Ja. Okay, sind jetzt nur noch Traitors am Leben? Nee, die Runde zählt. Jawohl! Oh, nee. Jawohl! Junge, ich bin's! Keine Ahnung. War ja offensichtlich. Ich war's doch nicht. Ich weiß nicht, warum alles auf mich ging. Ich hab's nicht verstanden. Wer hat mich denn im Prozess, hat das C4 nicht getötet, oder was? Ich. Oh, nee. Oh, nee. Wie weiß auch nicht, sondern auch aber immer, Bis zum nächsten Mal. Amt? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. – Barry ru�. – Woową.